Können Sie uns ein paar Worte dazu sagen über den Raum, den man Ihnen hier angeboten hat im Museum und wie Ihre Antwort eigentlich konkret auf diesen Raum war? Wie haben Sie den Raum empfunden und wie ist das ein bisschen entstanden eigentlich? Weil er ist ja nicht sehr einfach, der Raum. Der Raum ist kompliziert, weil er eben keinen gerechten Winkel hat, sondern weil es parallel ist. Und ja, die Projektion ist einfach auf dem Raum angepasst. Und in meiner Arbeit spielen dann diese elektronischen Vorgaben ohnehin immer eine zentrale Rolle und meistens ist es dann so, dass die Struktur, die ich über den Raum lege, das kann in Form von Tapeten sein, aber auch in Form von Projektionen, wie es hier der Fall ist. Danach werden die Räume sehr stark modifiziert. Das heißt, man nimmt ohnehin den Raum anders wahr, als er tatsächlich ist. Und ist es Ihnen eigentlich recht, dass es nicht rechtwinklig ist? Ach, ich nehme den Ding immer so, wie Sie sehen. Danke. Der Ausgangspunkt der Figur, also das Raster eigentlich, stammt woher? Also das Netz, das man am Anfang sieht, ist ein 3D-Modell, also ein Computermodell von Rauchschwagel. Was ich eben zugekommen von einem anderen Projekt einmal verwendet habe, was es aus dem Bereich gibt. Im Prinzip ist es, also wenn man sich vorstellt, Zidarettenraum oder aufschreitende Wolken. Wenn man sowas schematisch auf dieses Skelett von Polygonen reduzieren würde, dann kommt sowas raus. Das ist dieses Raster, was eigentlich sehr abstrakt eigentlich ist. Ja, das kommt von etwas ganz Konkretem. Ja, wobei das Konkrete natürlich auch sehr amorph und organisch ist, oder? Also man braucht es ja tatsächlich irgendwas, was seine Form permanent verändert. Ja, das ist immer toll, oder? Also etwas, was man eher jetzt vielleicht über Statistik beschreiben würde, als über konkrete Maßnahmen. Sind wir zu laut? Hm. Nö, gar nicht. Und haben Sie, also die Ausgangsform, sind die eigentlich mal ähnlich bei Ihren Werken? Oder haben die nicht unbedingt, also der Ausgangspunkt, der dann die Form eigentlich hingibt, haben die Gemeinsamkeiten oder eigentlich nicht unbedingt? Naja, die Gemeinsamkeiten ist wahrscheinlich, dass es eigentlich von einer relativ organisierten Form ausgeht und dann gibt es irgendwie so einen Prozess der Entropie, also wo sich diese Formen aufzulösen beginnen. Aber dadurch, dass ich die Dinge ja doch relativ lange schon mache, gibt es sowas wie, gibt es schon so etwas wie eine Entwicklung. Und die ersten Arbeiten waren auch von Ihrer Komma ist nur sehr einfach, wie zum Beispiel vertikale Röhren. Also jetzt kann man sich vorstellen, wie vielleicht so ein schematisches Bild von Ferdinand Leger oder wie man das aus dem Modernismus kennt, also einfach beispielsweise diese horizontalen Elemente, diese vertikalen Elemente, die ins Bild kommen und dann im Verlauf von einigen Minuten eben auch sich zu diesen biomorphen modernischen Formen verändern. Und wenn Sie das Veränderungsprozess, den Sie machen, wann kommen Sie eigentlich auf den Punkt, wo Sie sagen, jetzt ist es so, wie ich es wollte? Das ist sehr intuitiv. Ja, okay. Das ist jetzt nicht das... Das ist intuitiv. Einerseits, andererseits ist das Medium, mit dem ich arbeite, also der Computer, der funktioniert auch so wie ein Filter. Das ist ohnehin ein Werkzeug, das an einer bestimmten Form von Abstraktion zwingt, also weil ja die Struktur mathematisch ist. Und wie wichtig ist es, dass die Wände, wo die Aus- bzw. Eingänge sind, nicht miteinbezogen sind? Oder ist das... Das ist das Technische. Das ist eine Technische. Das ist eine Technische. Okay. Und zum Sound? Der Sound ist von Franz Pormassel, also dem Künstlerfreund aus Wien. Der ist wahrscheinlich selber jetzt nicht als Komponist oder sowas bezeichnet. Der Sound benutzt wie jemand, der mit Skulptur arbeitet. Das ist ein Umgang mit Sound und hat was sehr körperliches. Also es ist Soundmaterial. Und wir arbeiten seit über 10 Jahren zusammen und es funktioniert so. Auf welchen Instrumenten stellt ihr das Sound sehr vor? Das sind zum Teil technische Geräte aus dem wissenschaftlichen Bereich. Soundstimmen, die mit verschiedensten Gerätschaften generiert werden. Aber nicht disponibilisieren im eigentlichen Sinn. Ich glaube, dass das Synthesizer oder sowas kaum zum Einsatz kommt. Aber das Soundmaterial wird dann natürlich am Computer modifiziert und verhindert. Also es sind Aufnahmen, die dann am Rechner... Ja, es sind Aufnahmen und zum Teil sind es aber auch elektronische Datenpakete, die aus einem anderen Zusammenhang stammeln, aber die adaptierbar sind. Okay. Aber der Franz kommt, glaube ich, im Laufe des Nachmittags am besten mit Erholung vor die Kamera. Ja, schön. Und idealerweise, wie bewegt sich der Besucher in dem Raum oder soll er sich nicht bewegen? Ich denke, idealerweise, meine Erfahrung ist, dass das sehr abhängig ist vom Halter. Also zum Beispiel Kinder beginnen sofort zu laufen, die beginnen im Kreis zu laufen. Teenager setzen sich sofort in den Boden und Erwachsene stehen in der Gegenteilung. Und das ist auch recht so. Danke. Und wenn Sie jetzt so eine Anleitung geben mussten? Muss ich ja nicht. Nein, das ist ja völlig offen. Okay. Also das ist für mich auch... Für mich ist ein Projekt auch immer vergleichbar eine gute Situation. Wo man einfach irgendwas macht, um auch selber zu sehen, was sich verschiebt. Also deswegen war jetzt auch sehr glücklich, dass wir hier eine neue Arbeit zeigen können. Mhm. Weil ja faktisch die Umsetzung von diesem Projekt auch immer mit einem mindestens technischen Aufwand gekommen sind. Mhm. Und ich sehe dann lieber etwas, was ich noch nicht kann. Mhm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020